Willkommen zurück zu Pikmin 2. Nicht mehr lange, dann haben wir es durch. Aber jetzt erstmal dieser Frosch, der muss es an glauben. Den schwersten Dungeon haben wir bereits, das ist der zweitschwerste hier. Den kriegen wir jetzt noch. Den kriegen wir noch, ich bin zuversichtlich. Louis ist ja auch schon gerettet. Aber Olimar scheint sich wohl lieber mit seinem Chef rum zu begnügen. Ist der Frosch hier schwächer als die anderen? Anders auf jeden Fall, glaube ich. Auf irgendeine Weise. Von der Optik her. Wahrscheinlich nur von der Optik. Sieht ein bisschen aus wie ein Albino, oder? Der Frosch. Ich meine, rote Augen. Na ja, der ist schon ganz schön angeschlagen, der Olimar. Ach, da haben wir ja noch so ein... Egal. Auch du wirst sterben. Schnapp zu, Mittagessen kommen. Na ja, schüttel dich, aber es bringt dir nicht viel. Okay, es bringt dir die Flucht, mein Gott. Blaue Blume ist cool, aber wie kommt man überhaupt da hin? Na, komm. Aua. Ah, der hat mich bloß im Auge gekratzt. Scheiße. Dafür muss einer sterben. So grausam kann ich sein. Na? Nein. Okay. Der hat bislang Erfolg mit seiner Taktik. Na, komm. Okay, wie viel brauchst du? Mehr als 20. 12. Oh, Gott sei Dank. Da bin ich froh. Wie können wir aber denn die anderen Farben hierher bringen? Weil das ist eine blaue Blume. Können sie gar nicht herbringen, ne? Ist doch total blöd. Weil sonst hätte ich's gemacht. Die anderen können aber den Ausgang schon mal aufkloppen. Damit wir weiter können. Was ist das jetzt Schönes? Äh, Mighty, Fast? Corn and Beef! Okay. Weiter haben wir alles? Ja. Weiter geht's. Nix wie weiter. Aber große, große Lust hab ich nicht mehr irgendwie auf den Dungeon. Ich will jetzt, dass er zu Ende geht. So langsam. Nein. Nein, was? Was ist das? Was ist das? Was ist hier los? Ich kenn dich. Zuallererst mal. Moment. Da ist der Ausgang. Wir werden ihn besiegen müssen anscheinend. Wir machen das aber... Oh, Gott. Etwas schlauer. Ich erkenne die Problematik. Ich erkenne die Problematik. Kommt schon. Das bringt nix. Hört sich an wie eine Kuh. Ach, ist zu verzweifeln. So würden wir jeden Einzelnen besiegen. Und dann kümmern wir uns um den Großen. Ei, ei, ei. Oh, der erste große? Der Schwanz. Der kommt mir grad so gelegen. Nee, nee. Oh, oh, oh. Nein. Scheint nur ihn nämlich zu haben. Und keins meiner Pikmin. Nee, du kriegst die nicht. Das ist ja ärgerlich. Das stört mich. Danke für deine Mithilfe. Da ist nur noch einer. Da hinten. Sollten wir das Spray benutzen? Was mich natürlich stört. Es ist noch nicht der letzte Level. Dadurch bekomme ich ganz schön Angst. Oh, komm. So. Wir müssen jetzt an deinen Schwanz. Mann, wie machen wir das? Gar nicht, hä? Wie krieg ich dich denn? Okay. Scheinbar mit den... Lilanen, die bald nicht mehr existieren. Das wird kritisch. Ich krieg den nicht. Ich krieg den nicht. Ich krieg den einfach nicht. Und... Pfff. Na, mal sehen. Jetzt haben wir eh nur noch so wenig. So wird das gemacht. Naja. Naja. Ja toll. Mein Gott, so eine Scheiße. Ehrlich. Wir haben dann eh keine Pikmin mehr, um es abzutransportieren. Ach, ihr habt recht. Ihr habt recht. Wir haben denselben Gedanken. Ah, da muss ich mich aufrichten, weil ich bin jetzt schon lange am Zucken. Allgemeine Abonnenten. Darby Brawlogic 2. Oh ja, tiefster Winter. Ne, noch nicht ganz. Also, ich hab schon gemerkt, dass der Titelbildschirm von Pikmin 2 immer unterschiedlich ist, aber nicht wegen, ähm, hier. Das sehen wir im 192, schätze. Aber nicht wegen der echten Uhrzeit, sondern einfach nur, weil es immer was anderes ist, scheinbar. So. Eins im anderen. Vielleicht sollten wir erstmal alle Steine runterfallen lassen. Wie wär's damit? Diese Fischer gehen mir so auf den Sack. Okay. Der ist schon mal tot. Von einem Schlag? Du bist eine Flasche. Haha. War das geil gemacht. Achtung, Achtung. Ah, schade, schade. Komm, mach's wo dran. Ihr hättest doch fast geschafft. Er ist tot. Haben wir jetzt alle bis auf dich tot? Okay, ähm. Ob das so geht, wie ich denke? Ah, viel zu ärgerlich. Ah, viel zu ärgerlich. Wir müssen schneller sein. Wir müssen schneller sein. Diese Chance müssen wir nutzen. treff' ich sein scheiß Bommel nicht, hey. Ah, das war's doch fast. Okay. So schnell kann's gehen. So schnell kann's gehen. Man muss sich nicht so abquälen. Komm schon. da ist der Sieg. Da ist der Sieg. Scheiß Ding. Hier geht's weiter. Gut. Wie viele Endbosse eigentlich noch? Kommen die ganze Endbosse wieder? Ich mein, der große Schnapper war da. Der war da. War schon so vieles da. freudloses Juwel. Okay, alle Schätze in diesem Part. Ah, hier wollte man nicht erzählen, dass alle Bosse wiederkommen, oder? 55 haben wir noch. Komm, weiter jetzt. Es fehlen nur noch sieben Schätze in diesem Dungeon. Sieben? Das ist aber verdammt viel Zeug. Okay, ist ab Level 8. Na gut. Oh cool, Erholungsraum. Erholungsraum. Ey, Punkt, man. Geil. Schön, euch nochmal zu sehen. Ich hab schon gedacht, wir sehen uns nie wieder. Gut, die können wir ein bisschen verwandeln. Aha. Hey. Du bist ein kleiner Stinker. Der geht mir auf den Sack. Ich will den nicht mehr. Lass mich in Ruhe. So. Zuerst will ich jetzt mal die Punktmin haben. Ach, ihr seid so toll. Ich würde euch so gerne mitnehmen. So, erstmal ein paar Rote verwandeln. Na ja, toll. Da hätte noch einer reingepasst. Der kommt jetzt. Und jetzt, äh... Ja, Rote haben wir so wenig. nicht. Super. Noch mehr Blumen? Ja. Aber nur noch vier. So doof. Wir könnten wieder raus, aber das werden wir nicht tun. Noch fühle ich mich bereit. Okay, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.